So, da sind wir jetzt. Was haben wir jetzt jetzt? Flusswold. Achso, da sind wir. Abgeschlossen. Babe, wir laufen da oben. Ich hab mich schon wusste. So, da sind wir wieder. Im beschaulichen Flusswold. Wenn ihr mal irgendwann so in Ruhe sitzt, dann in den Flusswold. Fühlt ihr euch krank? Was auch immer ihr benötigt. Bei die besten Waffen und Rüstungen. Waffen. Hottet ihr wusste. Wobei der so teuer ist. Dieser Holzabschneider. Ein Stahlschwert. Wobei irgendwas brauch ich, gell? Für die gute Frau. Ne, nicht so. Also gut. Und das können wir bestimmt noch ein bisschen aufwerten, oder? Ich bin noch da. Was braucht ihr? Nach euch. Aha, Retters. Hättest wir zum Schert draufgelegt. Braucht ihr eine neue Klinge? Aber wenn ihr mehr Retterin hat, dann hat die doch einmal ihr besseres Schwert gekriegt, oder? Kann das sein? Ich meine, ich war in Einsamkeit. Aber, mehr wird das Gefecht verloren. Da war der Händler. Mein Schmuck muss noch loswerden. Es bedeutet uns so viel... Vielen Dank, dass ihr euch um diese... Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Oder, oder, oder? So, wir könnten ja wieder umwandeln, geh, zwischendurch. Ihr und ich, wir sind hier die einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. So, das ist die Frage. In Flusswald haben wir da Aufgaben. Niki. Töte die große Bestie. Da hinten. Die Zuflucht der Bruderschaft. Aha. Komm mit einer Misung. Ich schau mir da hinten. Wo geh'n du hin? Da her. Und lauter Schmieden können mir zu nix mehr, geh. Du bist halt nass. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich ein Vampir bin. Oder da ist das? Zumindest hab ich das Angebot von dem anderen Cashball abgelehnt. Ich glaub, der Hakon war das, oder? Der Vampirfürst. Der Vampirfürst. Der Vampirfürst. Ich hab die mit dem Mist. Der Vampirfürst. Ich hab genug von euch! Los! Los! Der Vampirfürst! Da rief ich nicht. Kumpel, geh da rauf. Dann hau ich ihn rüber. Versuch mich auch. Die schmeißt mit jedem Müll nach mir. Wum, was ist denn da los? Helfenfeiler, woi. Und die Bestie war... ...genau da vorne irgendwo. Wo schaut denn aus? Und retten sie? Die Bestie. Ich vermute mal, sie ist ein Werwolf, oder? Wird wahrscheinlich. Das ist die Bestie, der Hirsch. Der Blätschuh. Der Blätschuh. Der Sommerhirsch, bleib mir da. Der Sommerbäb. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Was braucht ihr? Vorbei, sie hat noch. Nach euch. Nehmt das. Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Deine Zeit zum Reden. Ich bin noch da. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Er bringt mich um. Ja, der Depp. So, warte mal. Wo war denn der Hirsch? War doch gerade auf der Jagd. Eigentlich. Der weiße Hirsch. Wer liegt da hinten? Ihr hättet nie hier kommen sollen. Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Der Fix. Solltet ihr ihn sehen, dann greift ihn euch und ruft mich. Der Bastard hat mich bestohlen. Bestohlen. Bin gleich tot dran. Solltet ihr immer gut. Solltet ihr Chaos aus. So, ich werde eigentlich ganz friedlich an den Hirschjung. Und schon beliebend im Chaos drin hat. Findies. Oh. Ein Goldist ist das. Ja gut. Kommen wir gleich. Goldist ist das. Komme ich. Flipp ich aus. Ein Elfenohr. Schnell weg. Schnell weg. Die Kultistenmaske. Du Sommer, ich städte dich. Gute Frau, bleiben wir doch. Was braucht ihr? Die Kultistenmaske. Die Kultistenmaske. Na warte mal. Hier geben. Das tut immer gut. Die Kultistenmaske. Das tut immer gut. Nimm. Ich bin schwer. kann ich sehen? Warte mal, meine Maske. Wobei, wenn du nicht fragst. So gefällt es mir gar nicht mehr. Du dich da oben. Wir halten an. Was ist... Was braucht ihr? Nicht alles aus, was in der Schluck. Dann mal los. Bei der Hirsch. Und der andere. Diesen Jäger wäre schon aus Versehen. Warte ich gar nicht. Da liegt er. Beide auf, Herr Dr. Hirsch. Geht zu uns? So. Da habe ich mal Zeit. Ich weiß nicht, wo sie sind. Dort rum. Das trifft dich gut. Na, ich habe mir gesagt, er ist bestimmt hier. Und ich bin nervt. Ich weiß nicht. Stufe 32, oder? Da ist es so. Oder 33. Mir wurscht. Meine Gesundheit. Kann ich nicht her. Die Beschwörung hängen im Keller, gell? Ich glaube, die könnte ich eh verbessern, wenn die öfters mal hierher nehmen. Schmiedigung, da bin ich bei 151. Was geht denn da? Der Akana Schmied. Bei 60. Versteckte Rüstungen. Da bin ich bei 70. Moment, ist da. Aha. Von den Toten auch verstanden. Seid gegrüßt, Jäger. Ich bin der Geist der Jagd. Nur ein flüchtiger Eindruck des ruhmreichen Pirschjägers, den eure Art Hircine nennt. Ich kann es in Erwägung ziehen. Doch zunächst müsst ihr mir einen Dienst zu meinem Ruhm erweisen. Der, der ihn gestohlen hat, ist geflohen und hat sich, wie er glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet. So wie ein Bär auf einem Baum klettert, um der Jagd zu entkommen, sich damit aber nur selbst in eine Falle manövriert. Such den abtrünnigen, schlauen Fuchs. Reißt ihn die Haut vom Körper und bietet sie mir als Opfer dar. Beeilt euch, mein Jäger. Es wetteifern auch noch andere um meine Gunst. Etwas Konkurrenz für euch. Zögert nicht, während die Beute flieht. Beginnende Jagd. Aha. Ja, verdammte Fluch, gell. Was ist denn los? Habe nicht schon wieder. Habe ich einen Schaden abgeregt. Oder was? Beginne die Jagd. Wo denn? Der Bruchbeinpass. Das war mal das Banditenlager. Ich schau mal drüben.